Ich bin sehr froh, dass wir heute hier alle hier versammelt sind und dass ich mit euch gemeinsam heute das Wort teilen kann und dass ich mit euch gemeinsam das Wort teilen kann, möge der Herr sein Wort segnen. Wisst ihr, wir haben heute den ersten Advent und ich möchte auch etwas über die Weihnachtsgeschichte lesen. Wenn wir Lukas 2 lesen, dann lesen wir darüber, dass die Engel den Hirten erschienen sind und die Engel haben den Hirten berichtet, dass Jesus geboren ist. Und dass der Messias auf die Erde gekommen ist. Und da steht geschrieben, als die Hirten dann Maria und Josef gesucht haben und sie gefunden haben. Wir lesen das in Lukas 2, 17 bis 19 Vers. Wir lesen das in Lukas 2, 17 bis 19 Stich. Nachdem sie sie gesehen haben, nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und Maria сохраняла все слова sie, slagant sie in ihrem Herzen. Eine andere Bibelübersetzung spricht darüber, dass sie darüber nachgedacht hat. Sie wissen, dass sie darüber nachgedacht hat, dass sie darüber nachgedacht hat. Sie wissen, gerade dieser letzte Vers, wie sie mir immer wieder in den Sinn, wenn ich über Offenbarungen und Prophezeiungen nachdenke, wenn ich über Offenbarungen und Prophezeiungen nachdenke, wisst ihr, wenn wir im ersten Kapitel lesen, wenn wir im ersten Kapitel lesen, dann lesen wir dort darüber, dass der Engel zu Maria gekommen ist. Dann wir lesen darüber, dass der Engel zu Maria gekommen ist. Und er spricht darüber, dass sie ein Kind, dass sie schwanger werden wird und ein Kind gebären wird. Und er spricht darüber, dass sie Jesus sein wird. Und es wird Jesus, der Sohn Gottes, Sön Gottes. Und ich denke, Maria versteht, dass mit diesem Kind eine neue Zeit antreten wird. Und ich denke, Maria versteht, dass mit diesem Kind eine neue Zeit antreten wird. Und wenn wir uns in die Lage von Maria versetzen, dann denke ich, verstehen wir, dass das eine sehr große Offenbarung ist. Und Maria wahrscheinlich auch viele Gedanken hatte. Und eben dieser Vers, den ich vorhin gelesen habe, er spricht darüber, dass Maria diese Worte in ihr Herz gelegt hat und diese Worte in ihrem Herz bewegt hat. Und wir sind Gott auch sehr dankbar dafür, dass Gott zu uns spricht. Und ich möchte mit euch mal gemeinsam, anhand von dem Beispiel von Maria, wie Maria mit den Offenbarungen umgegangen ist, dass Maria etwas betrachten und vielleicht auch für uns etwas Nützliches daraus zu ziehen, dass wir, nach dem Blick auf etwas Worte, etwas Worte für uns. Wisst ihr, wenn wir eben im ersten Vers lesen, als der Engel Maria diese Botschaft gebracht hat, dann sehen wir, dass zum Beispiel in Lukas, Kapitel 1, Vers 38, spricht Maria. Und zu diesem, Kapitel 1, Vers 38, Maria spricht. Da heißt es, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, und der Engel schied von ihr. Тогда Maria сказала, вот, ja, Raba Господnia, da будет мне по Слову Твоему, и отошел от нее Angel. Also wir sehen hier, sie hat sich, sie hat erst mal den Engel zugehört. sie hat sich auf diese Offenbarung eingelassen. Und sie hat sich auf diese Offenbarung eingelassen. Gott hat ihr so eine heftige Offenbarung gegeben, so eine große Offenbarung. Und sie hat so eine große, große, große Отklarung bekommen, sie hat sich auf die Offenbarung. Schaut mal, wenn wir das gesamte lesen, und, wenn wir das gesamte lesen, ich möchte mal eben aus dem selben Kapitel, ab dem 30. Vers lesen, aus der же главe, 30. Stich, ich möchte mich auf die Versenbarung und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und sie hat sich auf die Gnade gefunden, 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 und sie hat sich auf die Gnade gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden, und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein, und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren, über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Und er wird regieren, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich keinen Mann weiß. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Interessant, nicht wahr? Es ist eine sehr große Offenbarung. Das ist eine sehr große Offenbarung. Wir lesen nicht darüber, dass der Engel gesagt hat, Maria, in einem Jahr ist es so weit. Und wir nicht hier, dass der Engel sagt, dass die Zeit, Maria, in einem Jahr so wird. Sondern er hat diese Botschaft Maria dargestellt. Und er hat diese Botschaft angenommen. Und ich denke, dass sie diese Botschaft angenommen hat. Und ich denke, sie hat darauf gewartet, wann Gott anfangen wird, diesen Plan umzusetzen. Und ich denke, sie hat darauf gewartet, wann Gott anfangen wird, diesen Plan umzusetzen. Und wenn ich darüber nachdenke, kommt mir wieder dieser Vers in den Kopf, wo es heißt, Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann kommt mir das место der Heilige Geist. Und ich denke, wie richtig hat sie doch gehalten, und sie bewegte in ihrem Herzen. Und ich denke, wie richtig sie nachdenke, sie bewegte in ihrem Herzen. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Bewegen. heißt das, dass wir das einfach in unser Herz hineinlegen, und das einfach in die hinterste Ecke schieben und vergessen, weil wir gerade etwas Wichtigeres haben, wir verstehen ja, Maria war noch sehr jung, sie hat vielleicht große Pläne gehabt, sie wollte leben vielleicht, oder irgendwie Karriere machen, oder sonst was, ich sage jetzt einfach so, in unserer heutigen Zeit, und einfach in die hinterste Ecke und vergessen, es gibt Menschen, die gehen so um mit Offenbarungen, es gibt auch eine andere Kategorie, sie verfallen in Panik, und anstatt diese Information aufzunehmen, und in sich zu gehen, sich selber zu prüfen, die Bibel zu lesen, zu prüfen, was die Bibel dazu sagt, proche, die Bibel zu lesen, zu prüfen, und anstatt die Bibel zu lesen, die Menschen an, im Internet zu suchen, alle verschiedenen möglichen Informationsquellen anzuzapfen und sie bekommen Angstzustände vor der Zukunft wir finden so viel verschiedenes Müll aber sie gehen nicht in sich und nicht und sie beschäftigen sich nicht mit dem Wort Gottes was die Bibel sagt und was interessant ist bei diesen Menschen weil sie nicht in sich gehen haben diese Menschen auch keine Veränderung und dann vergeht eine Zeit sie kommen zur Ruhe und dann landet es auch genauso wie bei der ersten Kategorie in der hintersten Ecke und wird vergessen und Jakobus spricht genau auch über solche Menschen Jakobus Kapitel 1 von Vers 22 heißt es Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer die sich selbst betrügen denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter der gleicht einem Mann der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen wie er gestaltet war er посмотрел nach себя оtoшел und тотчас забыл wie er ja es gibt auch solche Menschen ja es gibt auch solche Menschen es gibt auch solche Menschen aber ist das auch ist das das was Maria gemacht hat sie bewegte das in ihrem Herzen sie hat darüber nachgedacht was das ich denke wir sind uns alle einig dass das nicht damit gemeint ist ich denke wir sind uns alle einig dass das nicht damit gemeint ist sondern der richtige umgang ist darüber nachzudenken was das Wort Gottes dazu sagt was das Wort Gottes dazu sagt was das Wort Gottes dazu sagt wie ist mein Zustand was kann ich bin ich in dem richtigen Zustand damit sich das Wort Gottes erfüllen kann was sagt die Bibel was muss ich dafür tun um von Gott gebraucht werden zu können und wir lesen auch darüber eine Bibelstelle aus Timotheus Kapitel 2 19 bis 22 19 bis 22 19 bis 22 also wir sehen hier in dem ersten Vers und wir sehen hier in dem ersten Vers dass wir uns prüfen sollen und uns von der Ungerechtigkeit abwenden sollen wenn wir etwas finden und ich lese weiter und ich lese weiter und ich lese weiter in einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße sondern auch hölzerne und irdene und zwar die einen zur Ehre die anderen zur Unehre wenn nun jemand sich von solchen reinigt wird ein Gefäß zur Ehre sein geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu einem jeden guten Werk bereitet so fliehen nun die jugendlichen Lüste jage aber der Gerechtigkeit dem Glauben der Liebe dem Frieden nach zusammen mit denen die den Herrn aus reinem Herzen anrufen diese Bibelstelle sagt uns wenn wir von Gott eingesetzt werden möchten wenn wir Gefäße sein möchten die in Ehre gebraucht werden oder ich möchte so sagen wenn wir Gefäße sein möchten die den Willen Gottes tun oder die in dem Willen Gottes stehen dann müssen wir uns reinigen und heiligen und ich denke das ist der Punkt wenn ich darüber rede dass wir in uns gehen sollen und ich denke das ist das was wir müssen und selbst prüfen und daraus die richtigen Entschlüsse ziehen und aus diesem machen правильные выводы wenn wir da etwas Unreines haben dass wir uns reinigen wenn wir da etwas Unreines haben dass wir uns reinigen wir sollten darauf schauen dass wir Gefäße in Ehre sind und ich möchte ein Beispiel bringen auch aus unserer heutigen Zeit wir kennen das aus unserer Gemeinde Gott spricht immer wieder zu dem Volk dass die Gemeinde seine Öllampen in Ordnung bringen soll dass die Gemeinde seine Öllampen in Ordnung bringen soll solange es angenehme Zeit ist weil die Zeiten sich ändern werden denn die Zeiten werden sich ändern Gott wird die Menschen prüfen und Gott wird schauen wem sein Glaube sich bewähren wird wenn ich das von der Seite betrachte dann habe ich das Gefühl dass diese Zeit mittlerweile gekommen ist wo Gott die Menschen anfängt zu prüfen oder wenn wir das biblisch ausdrücken möchten dass die Vorwehen mittlerweile da sind dass die Vorwehen mittlerweile da sind wenn wir das von der Seite betrachten dann sehen wir manche Geschwister die gehen stabil ihren Weg mit Jesus und es gibt auch wieder andere Brüder und Schwestern die massive Probleme bekommen weil sie weder Glauben noch Kraft haben so Sorgen und sie sind verwundert darüber in welcher Zeit wir heute leben und sie sind verwundert darüber in welcher Zeit wir heute leben wie haben sie diese Zeit genutzt die Gott ihnen gegeben hat Gott hat ja schon vor lengre Zeit das angedeutet, dass diese Zeit kommen wird. Haben Sie sich vorbereitet für diese Zeit? Und können Sie jetzt von der Seite aus mit einem Frieden im Herzen das alles beobachten? Und sehen jetzt, wie das sich erfüllt, was Gott gesagt hat. Den Frieden im Herzen haben Sie aber nicht. Aber sie haben nicht einfach so, weil sie gut sind. Sondern weil die Menschen sich vorbereitet haben zu ihrer Zeit. Sie haben ihre Gefäße gereinigt. Sie sind in sich gegangen. Sie haben ihren Zustand geprüft, wie sie vor Gott stehen. Sie haben ihren Zustand in Ordnung gebracht vor dem Herrn. Und deswegen stehen sie nicht in einem hoffnungslosen Zustand. Und deswegen stehen sie nicht in einem hoffnungslosen Zustand. Und deswegen stehen sie nicht in einem hoffnungslosen Zustand. In einem Angstzustand, sondern sie wissen, dass ihr Zustand vor Gott in Ordnung ist. In Jeremia lesen wir. In Jeremia lesen wir. 12. Kapitel. 12. Vers. Und 5. Wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Rossen um die Wette laufen? Wenn du mit Fußgängern gelaufen bist, und sie dich müde gemacht haben, Und wenn du dich nur in einem friedlichen Land sicher fühlst, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Und wenn du in der Welt bist bist, bist du in der Welt gefährlich, dann, was du wirst 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 in Jordanien? Was bedeutet diese Bibelstelle? Was bedeutet diese Bibelstelle? Was bedeutet dieses Messe Священного Писания? Wisst ihr, liebe Brüder und Schwestern, знаете, дорогие Brüder und Schwestern, ich erinnere mich an meine Schulzeit, ich erinnere mich an meine Schulzeit, im Sportunterricht, когда wir waren in der Sport, gerade in den oberen Klassen hat uns der Lehrer immer wieder ins Stadion gebracht und wir mussten dort Kilometer machen und es gab Menschen, die sind eigentlich immer recht vorne mitgelaufen und es gab auch Menschen, die waren immer hinten und wenn ich mich daran zurückerinnere, dann muss ich feststellen, die Menschen, die vorne gelaufen sind, Sie haben ein Ziel gehabt, und es waren meistens Athleten, die gut vorbereitet waren, sie haben sich für diesen Zeitpunkt vorbereitet, und sie haben das Ziel vor Augen gehabt und das Ziel war, möglichst schnell dieses Ziel zu erreichen, es gab aber auch andere Menschen, die hinten gelaufen sind, und eins von den Gründen war das gewesen, dass sie eben nicht vorbereitet waren, und wenn sie gelaufen sind, dann haben sie nicht das Ziel vor Augen gehabt, sondern sie haben nur das Leid vor Augen gehabt, hoffentlich hört dieser Leid bald auf, und das hat sie runtergezogen, Jeremia sagt, wenn du mit den Fußgängern müde geworden bist, wie wirst du mit den Rossen laufen? Das müsste auch so ein Mensch gewesen sein, der nicht bereit war für diese Situation. Er ist komplett desinteressiert gewesen vorher. Er hat keine Lust dazu. Er hat sich nicht vorbereitet. Er hat sich nicht vorbereitet. Wisst ihr, heute gibt Gott den Menschen die Möglichkeit. Wie ich schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass wir in so einer Zeit sind, wo die Zeit sich verändert, und für manche vielleicht schon etwas brenzlig ist. Wie ich schon gesagt habe, ich spreche jetzt über den Zustand des Glaubens. Jesus Christus hat darüber geredet. Jesus Christus hat darüber geredet. In Markus, Kapitel 13, lesen wir, in Marka, Kapitel 13, 35 bis 37, Vers 35 bis 37, wo du wach nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht, oder um den Hanen schrei, oder am Morgen. Damit er nicht, wenn er unversehenskommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. So wie der Herr plötzlich kommen wird, und manche unvorbereitet finden wird, so werden auch manche von den Anfechtungen überrascht werden. Und ich möchte mit den Worten Jesu Christi zu allen sagen, 37. Vers. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Brüder und Schwestern, hier geht es nicht um irgendein Spiel, sondern es geht um unsere Seele. Aber es ist ein Problem von unserer Sitzung. Deswegen lasst uns diese Zeit ausnutzen und wachsam sein. Поэтому давайте используем время und bodenheit, in uns gehen und in die Heilige Schrift und die richtigen Entschlüsse zu ziehen, der Herr segne uns alle. Amen. Amen. Amen.